Träumst du auch davon, einiges an Gewicht zu verlieren? Wenn es bisher immer nur ein Traum war, helfen wir dir in diesem Video auf die Sprünge. Denn wir stellen dir gleich ein Getränk vor, mit dem du deinen Stoffwechsel und die Fettverbrennung deutlich ankurbeln kannst, wodurch die Kilos schneller purzeln. Bis zu 10 Kilogramm können es in 2 Wochen werden. Wie genau das funktioniert und worauf du außerdem achten solltest, zeigen wir dir in diesem Video. Schau es dir also unbedingt bis zum Ende an, wenn auch du Gewicht verlieren möchtest. Abnehmen ist meistens mit Verzicht und viel Sport verbunden. Natürlich hilft dir eine gute Ernährung und ausreichend Bewegung auch in diesem Fall weiter. Je mehr Kalorien du verbrauchst, desto schneller kannst du auch abnehmen. Doch dennoch gibt es diverse Dinge, die deinen Abnehmerfolg beschleunigen können und das auch, wenn du dich nicht hundertprozentig an deinen Diätplan oder das Sportprogramm hältst. Wir bereiten uns heute ein magisches Getränk zu, dessen Inhaltsstoffe dein Stoffwechsel und die Fettverbrennung ordentlich auf Trab bringen. Alles was du dazu brauchst ist folgendes. Eine Gurke, 50 Gramm Ingwer, 2 Zitronen, eine Ananas sowie 800 Milliliter Wasser. Wasche zuerst die Gurke und schneide sie dann schon mal in Stücke. Auch den Ingwer solltest du einmal waschen und in Stückchen schneiden. Die Zitronen kannst du einmal auspressen und den Saft dann erst einmal beiseite stellen. Den brauchen wir später wieder. Die Ananas solltest du einmal von der Schale befreien. Jetzt schneidest du die Schale der Ananas in kleine Stückchen und gibst sie in einen Topf. Die Ananas selber schneidest du ebenfalls in kleine Stückchen und stellst sie zu den anderen geschnittenen Zutaten. Zur Ananasschale gibst du jetzt noch 800 Milliliter Wasser in den Topf und kochst das Ganze einmal auf. Danach kippst du die Flüssigkeit durch ein Sieb und lässt diese einmal abkühlen. Im nächsten Schritt gibst du alle kleingeschnittenen Zutaten sowie das abgekühlte Ananaswasser und den Saft der Zitronen in einen Mixer und mixt alles einmal ordentlich durch. Dann hast du dein Abnehm-Smoothie auch schon fertig zubereitet. Du solltest diesen jetzt zweimal am Tag trinken. Einmal morgens ein Glas nach dem Aufstehen, auf leeren Magen und dann noch einmal ein Glas vor dem Schlafen gehen. Die hier hergestellte Menge reicht somit für 2-3 Tage. Lagere den Drink in deinem Kühlschrank. Durch die Inhaltsstoffe wird dein Stoffwechsel, die Verdauung und die Fettverbrennung auf Hochtouren laufen und du kannst somit bis zu 10 Kilogramm in nur 2 Wochen abnehmen. Je mehr du dich an eine gute Ernährung hältst und je mehr Bewegung du während dieser Zeit hast, desto besser wird das Ergebnis am Ende sein. Trinke zudem den gesamten Tag über ausreichend Wasser. Mindestens 2-3 Liter sollten es pro Tag sein. Wenn du also auch etwas abnehmen möchtest und es bisher nicht so gut geklappt hat, dann probiere diesen magischen Drink unbedingt einmal aus und lasse dich von seiner Wirkung überzeugen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst. Vermaunters